Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Tja, keine Ahnung, wie da hochkommen soll. Tja, keine Ahnung, wie da hochkommen soll. Tja, nochmal. Hä, was macht die denn da? Die soll in der Wand entlang rennen. Die ist doch blöde Südor. Die ist doch blöde Südor. Hey, die Luft ist rein. Krugasek ist weg. Du bist Face, stimmt's? Hat dich Plastik geschickt? Ja, hat sie. Danke. Ich dachte, ich bin geliefert. Schon okay. Wir sehen uns. Ein Updatepunkt. Oh, ich hab sogar zwei. Doppel-Wallrun. Das wär auch praktisch, glaub ich. Was haben wir hier? Erweiteres Rutschen. Noch längeres Rutschen. Okay, und was ist hier? Effizienteres Klettern. Ähm. Das hier war ich ganz praktisch. Betäubungsvorteil. Positionstausch. Graphen-Gewebe. Ich würd noch ganz ehrlich gerne. Ähm. Hier das hier machen. Lass uns mal gucken. Karte, was machen wir jetzt? Was können wir jetzt machen? Noch eine Bühne Mission? Ne, ne? Was versuchen das... Ich versuche erstmal, das hier zu hacken. Warte. 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 Nein! Ich versuche das nochmal. Das war ja, das wurde dann. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ja, so geht das. Ich wusste es doch. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Hä? Oh. Ich kann nicht mehr rennen. 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 Ich kann nicht mehr rennen.